Was wir heute wissen ist, dass Kinder, gerade unter drei Jahren, wenn sie in eine Fremdbetreuungseinrichtung kommen, ganz hohe Stresswerte haben. Sie müssen sich vorstellen, ein einjähriges Kind kann einfach noch nicht verstehen, was da passiert, warum jetzt sich das ändert. Wir können einem einjährigen Kind noch nicht erklären, eben aufgrund seiner geistigen Reife, dass die Mama sowieso wiederkommt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es eine entwicklungssensitive Eingewöhnung braucht. Wir haben deswegen das TLI-Phasenmodell entwickelt, das dem Berliner Modell weiterführend ist. Das Berliner Modell wurde ja für Kindergärten entwickelt und das TLI-Phasenmodell wurde für Kinder im Alter von ein bis dreieinhalb Jahren entwickelt. Ich lade Sie ein, sich das genauer anzuschauen und insbesondere, wenn Sie als Mutter oder als Vater einen Krippenplatz wählen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie auch fragen, wie hier Eingewöhnung passiert. Bitte nehmen Sie sich Zeit. Es geht nicht darum, schnellstmöglich in die Arbeit zu gehen, sondern Ihrem Kind ausreichend Zeit zu geben.